Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Pre-Launch oder auch Pre-Sale-Video. Momentan im Bärmarkt ist es ja wirklich schwer, mal richtige Projekte zu finden. Und da bin ich auf eins gestoßen, was einen sehr, sehr guten Ansatz hat, was jetzt schon etwas länger ja auch auf Messen und sowas unterwegs war, dieses Projekt. Also es gibt es auch schon ein bisschen länger und ich habe das auch mal auf LinkedIn ein bisschen gecheckt und so, ob da auch schon wirklich was läuft oder ob das alles hier nur wirklich Vorstellungsgabe ist, was dieses Projekt plant. Nee, es gibt auch wirklich schon Verträge, es gibt Patente und sowas zu diesem Projekt. Und zwar handelt es sich um Evercraft. Evercraft hat sich darauf spezialisiert. Carbon und Graphen, das sind ja, ja, ich sage jetzt einfach mal seltene Stoffe, die zumindest in der Herstellung schweineteuer sind und auch teilweise nicht umweltfreundlich. Und das sind zwei Themen, die für die Zukunft exorbitant wichtig werden. Und darauf hat sich Evercraft spezialisiert. Man will es hier kostengünstiger und deutlich umweltfreundlicher auf jeden Fall herstellen. Und ja, das werden wir uns jetzt heute mal anschauen im heutigen Video. Wir werden das Evercraft ein bisschen mal genauer beleuchten. Wir werden den Pre-Sale-Marketing anschauen, die Tokenomics und für was dieses Projekt wirklich gut ist. Bevor wir starten, gerne dem Video wie immer ein Like da lassen. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen. Link ist unten wie immer in der Videobeschreibung. Und ich packe euch den Link zu Evercraft und zum Evercraft Pre-Sale auch mal unten in die Videobeschreibung rein, damit ihr da auch schon mal reinlunzen könnt, wenn euch das Projekt nach dem Video interessiert. Ja, würde ich sagen, starten wir direkt rein. Die Website ist eigentlich sehr, sehr übersichtlich. Ihr habt es gerade schon gesehen, da fliegen so ein paar Bilder rein. Ist auf jeden Fall sehr, sehr professionell aufgezogen. Es geht hier, wie gesagt, einerseits darum, Graphen, Carbon umweltfreundlich herzustellen. Es gibt hier einen Anwendungsprozess, wie das hergestellt wird. Darauf laufen Patente. Die Patente kann man auch einsehen. Öffentlich, sowas ist ja öffentlich dargestellt. Also das ist schon mal sehr, sehr geil. Und es ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Wie gesagt, man kann Graphen einerseits für Lithium-Akkus nehmen oder beziehungsweise auch Carbon und sowas. Ist ja, wer Formel 1 guckt und so weiß, die ganzen Autos sind aus Carbon. Es ist einfach verdammt hart. Dieser, ja, dieser ganze Prozess. Wir können uns das Ganze hier mal ranschauen im White Paper gerade mal. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Ein bisschen weiter unten. Hat einfach auch 400 Tonnen im Endeffekt Stärke. Also vor allem Carbon ist echt heavy. Und es ist halt schweineteuer, das im Endeffekt herzustellen. Und hier geht es speziell um Carbon-Nanotubes, die hier hergestellt werden. Man sieht hier auch, das Market-Volumen lag bei 6,63 Billionen. Und wird weiter bis 2030 auf 20,3 Billionen hochgeschätzt. Es ist ein sehr, ja, einerseits teurer Herstellungsprozess. Andererseits ist Carbon aber auch ein, ja, ein Material, was halt einfach sehr, sehr viel aushält. Es ist sehr, sehr leicht und so. Und deswegen ist es auch ein sehr, sehr starker Markt natürlich, wo man sich hier fortbewegen will. Und deswegen auch dieses Patent ist günstiger herzustellen. Vor allem diese Nanotubes oder auch, ja, ihr kennt das wahrscheinlich in Form von Kügelchen. Gibt es ja auch in Form schon von Plastik. Ich weiß es aber gerade nicht, das ist ein Fachbegriff. Auf jeden Fall, darauf haben die sich, ja, spezialisiert. Im White Paper alles, leider nur auf Englisch alles so erklärt. Also müsst ihr vielleicht auch mal mit dem Google-Übersetzer oder sowas. Sehr, sehr schönes White Paper. Auch sehr, sehr ausführlich. Vor allem auch, wie im Endeffekt es weitergehen wird. Oder so, wie, ja, wie die Umsätze sind so in den nächsten Jahren. Auch wie viel, wie umweltschädlich im Endeffekt auch sowas ist. Also so eine Herstellung grundsätzlich. Und das versucht man halt klimafreundlich zu machen. Das ist halt auch ein Ansatz. Wie gesagt, Carbon wird in vielen verwendet. Es wird in Autos verwendet. Es wird keine Ahnung, was für wie vielen Anwendungszwecken es verwendet wird. Und es ist ein wichtiger Step. Und die haben hier einfach eine eigene Technologie dafür erfunden, LTC nicht zu verwechseln mit Litecoin. Es ist eine LTC-Technologie. Und ich habe mir das hier gerade mal auf dem zweiten Bildschirm. Und ich kann euch das vielleicht auch nochmal dann in der Telegram-Gruppe schicken. LTC, CNT, H2. Was ist das generelle Funktionsprinzip von LTC? Sorry, wenn ich jetzt darüber gucke, aber ich habe es da drüben stehen. Die LTC-Technologie ist eine Konvertierung und keine reine Vergasung oder Pyrolyse. Es kombinierte die Pyrolyse und Vergasung ohne die Nachteile beider Verfahren. LTC ist ein kombinierter thermokatalytischer Vergasungsprozess mit speziellen Komponenten für die Gasaufbereitung. Also ihr seht hier, es geht hier absolut in die Technologie rein. Davon habe ich keinen Plan. Es klingt auf jeden Fall gut. Ist wie gesagt eine eigene Technologie von denen. Es ist CO2-arm. Man sieht es dann auch hier wie im Endeffekt. Also es gibt die LTC-Technologie und die ACA-Technologie, wie das dann hergestellt wird. Und da seht ihr das alles. Also es ist ein komplett technologischer Begriff hier oder Würwer, was hier dargestellt wird. Aber ich finde es wichtig, dass es dargestellt wird. Wie gesagt, ich kann euch das Ganze mal dann auch noch in die Telegram-Gruppen reinstellen, weil da wird wirklich alles erklärt. Ich glaube so auf vier, fünf Seiten. Was ist überhaupt Pyrolyse, Konvertierung und sowas, wie das alles stattfindet. Also sehr, sehr geil gemacht. Und das ist auch auf Deutsch. Wie hoch ist zum Beispiel der Wirkungsgrad bei Gasproduktion? 88 Prozent. Bei Stromerzeugung 45 Prozent. Wie hoch ist die Betriebszeit der LTC-Anlage? Außerhalb des Wartungsmodus 8000 Stunden pro Jahr, ca. 330 Tage pro Jahr. Service-Unterbrechung 14 Tage im Jahr. Also es ist schon geil, wie ausführlich dieses Ganze nicht nur White Paper ist, sondern auch dieser ganze Prozess. Und das finde ich wichtig, auch für alle Investoren da draußen, wie das Ganze halt auch funktioniert. Das könnt ihr euch im White Paper mal komplett durchlesen. Man sieht hier auch die Effizienz von diesem LTC-System. 88 Prozent eben von der Gasproduktion und halt eben 45 Prozent Stromerzeugung und CO2-frei. Und das ist eben so dieser wichtige Punkt, was ich halt eben so geil finde an diesem Projekt. Man geht hier auf Umweltfreundlichkeit, man geht hier auf Nachhaltigkeit einerseits und halt auch eben auf diese Effizienz, um diese ganzen Stoffe halt einfach billiger zu machen. Für die Industrie ist es halt verdammt wichtig, auch Kapurteile und sowas oder auch Graphen. Wie gesagt, man kann das überall anwenden. Lithium, Akkus, vor allem Graphen, ja fürs Handy, für die Zukunft wichtig. Es ist kostengünstig, umweltfreundlich, es liegen die Patente vor. Und was man auch halt eben sagen kann, organischer Abfall, was ich jetzt auch aus dem White Paper rausgelesen habe, kann man halt auch dafür herstellen. Also organischer Abfall und Gase für die Herstellung. Es ist wirklich geil, finde ich auch mal echt was Neues, was Innovatives und nicht immer nur so, ja ich will jetzt ins Metaverse oder sowas. Deswegen schaut euch das gerne auf jeden Fall mal an und wir gehen jetzt auch gleich mal in die Tokenomics rein. Beziehungsweise wir könnten gerne nochmal aufs Team, müsste ganz unten drin sein. Das Team, seht ihr auch, ist ein relativ großes Team, was hier mittlerweile drin ist. Director of Science, finde ich auch geil. Also sehr, sehr großes Team, auch alle KYC gehittet und sowas. Auch mal hier so der Plan. Publink, beziehungsweise im vierten Quartal wird es dann sein, dass der Launch ist, mit auch Börsenlisting und so. Da kommen wir aber gleich nochmal ein bisschen drauf näher ein. Also auch echt das White Paper. Da können sich manche andere Unternehmen mal wirklich mal einen rausnehmen und das mal ein bisschen so überprüfen. Also ihr seht, ich bin da selber begeistert von diesem ganzen Ding. Der Prozess, klar die Website ist jetzt nicht hier wirklich ausführlich. Ihr habt hier nicht wirklich viele Menüpunkte. So, hier, nur über das, über das Projekt auch nochmal. Und das war's. Wichtiger ist meines Erachtens das White Paper. Ihr könnt euch das hier auch alles gerne nochmal durchlesen. Carbo Nanotube Technologie, Health Science, Evercrest Better Living und so. Die haben da schon ein paar Sachen, auch Blue Ocean Technologie. Also da läuft eine Menge, also wirklich eine Menge. Ich glaube, das kriege ich gar nicht alles in das Video rein. Deswegen schaut euch das gerne an. Da läuft wirklich viel. Dann gehen wir mal rüber zu den Tokenomics. Und zwar wird das Ganze auf der Cardano Blockchain laufen. Auch mal was Neues. Nicht immer nur Ethereum oder BNB Shit Chain und sowas. Wisst ihr Bescheid. Ja, es wird eine insgesamt Token Supply von 900 Millionen gehen. Finde ich okay. Circulating Supply 450 Millionen. Stake Pool, es wird auch Staking möglich sein, 180 Millionen. Marketing 10% finde ich gut. Vor allem für dieses Projekt, was halt auch ausführlich ist. Also ich glaube, ich werde das Projekt auch länger jetzt mal verfolgen, weil ich finde es halt echt geil. Sorry, wenn ich das jetzt so oft sage, aber ich finde es echt geil. Weil es halt auch Zukunftstechnologie ist. Das Team kriegt 8%. Vielleicht ein bisschen viel. Andererseits habt ihr ja gesehen, arbeiten da glaube ich 20 Leute dran. Dann ist es auch wieder okay, als wenn es nur einer wäre. Dann fände ich es ein bisschen viel. So finde ich es okay. Okay, ja Pre-Sale und die Experten und Consultants kriegen dann auch nochmal 6%. Man muss dazu sagen, die Pre-Sale Token, die jetzt momentan für 5 Euro Cent erhältlich sind, gehen wir gleich nochmal auf die Seite drauf, sind 12 Monate gelockt. Also das heißt 12 Monate Investing. Da kommt ihr erst einmal nicht dran. Deswegen längerfristiges Projekt. Also da, wie gesagt, das ist kein Pump im Dump, Ding dann wahrscheinlich, sondern ihr müsst da 12 Monate. Ihr kriegt dann natürlich, was auch cool ist, aber das auch erst wirklich, wenn die Maschinen dann laufen. Ganz, ganz wichtig zu erwähnen, weil hier schon geworben wird, NFT, Airdrops, CO2-Zertifikate. Und ihr wisst, Zertifikatehandel ist auch so ein Ding, wo sich viele Autobauer oder Autohersteller, und es sind nicht nur Autohersteller, die sich da ihre Zahlen schön machen und so, kriegt ihr dann NFT, wenn ihr hier rein investiert. Aber wie gesagt, erst wenn die Maschinen laufen, also nur mal so nebenbei. Ja, dann für die Lockup-Terms kriegt ihr da noch LOECET-Token. Könnt ihr euch auch mal durchlesen. Da bin ich jetzt aber nicht so scharf drauf. Da geht es mir jetzt ehrlich gesagt nicht drum. Es geht rein um den Pre-Sale bzw. Pre-Launch. Und dann gehen wir mal auf die Pre-Sale-Seite. Ich werde euch den Link unten in die Videobeschreibung packen. Ihr müsst hier KYC machen. Habe ich kein Problem mit. Wenn es ein seriöses Projekt ist, mache ich da gerne KYC. Nur weil viele immer sagen, KYC, hier wird KYC gemacht. So, das müsst ihr auf jeden Fall machen. Ihr habt dafür zwei Tage und ich sage jetzt mal 24, also knapp drei Tage habt ihr Zeit für den Prozess. Momentan ist der Pre-Sale-Preis bei 0,05 Euro Cent und 7, was weiß ich was. Erhöhung wird in sieben Tagen, wenn das Video hier raus ist, wird es wahrscheinlich nur noch fünf Tage sein. Ihr kriegt dann auch hier unten ist da nochmal das White Paper. Das ist momentan noch nicht auf der Hauptwebsite. Ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen. Die Hauptwebsite wird gerade noch ein bisschen überarbeitet, dass auch dort das White Paper und das Investor-Sheet, das was wir uns eben gerade angeguckt haben mit den Tokenomics und sowas, freigeschalten wird. Dann müsst ihr, wenn ihr jetzt sagt, okay, das Projekt interessiert euch, müsst ihr hier auf Make Your Investment Now klicken. Das Ding ist, jetzt dadurch, dass diese Pre-Launch-Phase ist, es ist noch nicht so richtig diese Pre-Sale-Phase, wo ihr es kennt, okay, jeder kann jetzt hier rein. Ihr müsstet hier mit 500 Euro Start-Invest rein. Ihr könnt natürlich hier jetzt im Endeffekt 100 machen. Geht aber nicht, weil müsst ihr continue und dann steht ja, nee, der Betrag muss mindestens 500 Euro sein. Das ist so der einzige Negativpunkt, wo ich sagen würde, okay, viele wollen vielleicht in so Pre-Sales mit wenig Geld rein. Okay, hier sind es 500 Euro. Ich werde sehr, sehr wahrscheinlich oder habe schon da eben diese 500 Euro investiert. Ich finde es aber auch wiederum okay, muss man ganz ehrlicherweise so sagen. Lieber habe ich seriöse Investoren mit 500 anstatt Leute, die immer nur für 10 Euro oder sowas kaufen und denken, ich gehe hier to the moon, weil es ist halt eben ein langfristiges Projekt. Auf jeden Fall, danach müsst ihr noch eure Adresse eingeben. Payment-Prozess, ihr könnt in Euro zahlen, ihr könnt aber auch in Kryptowährungen zahlen, was ich zum Beispiel gemacht habe. Und dann habt ihr die und die werden dann auch in diesem Wallet gespeichert. Ihr könnt dann gerne auch noch auf die FAQs draufklicken. Da steht auch noch, was ist KYC, also so normale Sachen, was ist der ECET-Token. Mann, sind zu viele E's drin. Wird nochmal erklärt, könnt ihr auch gerne euch nochmal durchlesen. Was war noch wichtig, wie kann man seine ECET-Token, ich nenne es einfach EZ-Token, safe halten, dass die erstmal in der Web-Wallet gespeichert werden. Und dann, wie komme ich auf eben dieses Q4. Einerseits im White Paper steht es natürlich drin. Und da steht dann auch nochmal drin, 12 Monate Vesting. Und wo stand es jetzt, ich glaube in Q4, weil ich glaube da war auch die Frage, genau. Wo haben wir es, wo haben wir es. Ah genau, how can I trade the ECET-Token. Q4 ist dann Listing angesagt und du hast dann auch zum Traden möglich oder halt dann auch zum Verkaufen, wenn dann halt eben diese 12 Monate dann rum sind. Also ihr seht, ich bin, es ist halt echt mal was anderes, muss man halt echt mal sagen. Es ist nicht immer nur dieses ganze Meta-Kackwurst, es ist nicht immer nur dieses langweilige, ja ich habe jetzt die neueste Blockchain und sowas. Ich finde es ein sinnvolles Projekt, weil es eine Zukunftstechnologie ist, es ist CO2-frei, es ist umweltfreundlich und kostengünstiger. Und das ist halt eben so ein Punkt, Carbon, Graphen, Sintstoffe, die werden einfach überall angewendet, Industrie. Und ihr habt es gesehen, ich weiß jetzt nicht mal, ob ich es noch herausfinden soll, wie so der Steigerungsprozess ist eigentlich über die nächsten Jahre halt. Wo hatten wir es denn, wo hatten wir es denn, wo hatten wir es denn, jetzt finde ich es wieder nicht. Ah hier, umsatztechnisch und so, soll sich einfach bis 2030 einfach nochmal verdreifachen, verdreieinhalbfachen. Ja, es ist 400 mal stärker als Stahl, Carbon sollte jedem Begriff sein. Also schaut euch das gerne an, schaut euch das in Ruhe an, nutzt die Zeit, geht durchs White Paper durch. Ich finde es geil und ich werde euch da auf jeden Fall mehrmals Updates drüber geben, wie das weiterläuft, ob es da Neuigkeiten gibt. Ja, ansonsten schreibt gerne mal rein, was denkt ihr darüber, sagt ihr, okay, nee, braucht kein Mensch. Oder sagt ihr echt, wirklich mal ein wirkliches Use-Case-Projekt, wo wirklich Zukunft hat. Schaut auch gerne mal auf LinkedIn und so, wenn euch da ein bisschen skeptisch seid, das habe ich jetzt vergessen noch rauszusuchen. Aber schaut gerne auf LinkedIn einfach auch nochmal vorbei, da gibt es auch von den ganzen Faunern und so immer mal einen Artikel mit neuen Partnerschaften und sowas. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und ganz wichtig zum Pre-Sale, es gibt hier, weil es mir wirklich wichtig ist, es gibt hier kein Affiliate-Programm. Es steht zwar da, Affiliate-Link, aber auch wenn ihr jetzt einen Affiliate-Link von mir kriegt, ich kriege keinen Bonus, ihr kriegt keinen Bonus, finde ich gut, weil sonst wieder dieses MLM vielleicht, ja, ich werbe jetzt den und den, damit ich wieder Token kriege und sowas. Finde ich gut, dass dieses Projekt hier einfach drauf verzichtet. Nur so von meiner Seite ist mir auch ganz, ganz wichtig, das, ja, zu erklären. Damit würde ich sagen, war es das von mir. Wie gesagt, schreibt gerne mal einen Kommentar rein, was ihr davon haltet. Ich werde euch alles dann noch in die Telegram-Gruppe reinposten. Like da lassen, Abo da lassen und wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay.